Das ist Jenny. Ich habe das DK nach oben zusammengebunden, damit ich ihr die Bondings raus mache. Du hast Bondings gehabt oder hast du noch? Gell Jenny? Du kannst jetzt dich nach vorne drehen. Und da war das Problem, hast du mir erzählt, dass man das gesehen hat. Ja, es waren einfach viel zu viele und dadurch, dass ich so dünnes und feines Haar habe, hat man die halt immer gesehen. Ich konnte keinen Zocken machen, ich musste sie ja dem Laufen tragen. Es waren einfach viel zu viele. Und deshalb machen wir Open Braids, die man sehen kann oder darf, aber trotzdem hübsch aussieht. Und dann werden wir mal zeigen. Und ich freue mich, dass du da bist. Jenny, das hat ziemlich lange gedauert, gell, heute? Ja. Aber das sieht hammermäßig aus, gell? Ich bin total happy. Gell? Besser als die Extensions, hast du gesagt, gell? Viel besser, viel besser. Ja. Jetzt kannst du Frisuren machen, hoch machen und die Söpfe, die man dazwischen sieht, ist gewollt, gell? Da brauchst du gar nichts verstecken. Genau. Und die sind sehr pflegeleicht, ne? Du brauchst sie nicht so oft waschen. Einmal in der Woche oder vielleicht alle zehn Tage und so weiter, gell? Man kann ja alles nachlesen auf der Seite. Ja. Und ich sage viel Spaß und hoffentlich bis nächstes Mal. Auf jeden Fall. Ich danke euch. Danke auch, gell? Okay. Danke. Danke. Bis zum nächsten Mal.